Kommen wir also jetzt zur Verleihung des Braunschweiger Marketing Löwen für die Marketing-Strategie eines Start-ups. Der Preis ist dotiert mit 1000 Euro. Die Sprecherin der Jury. Groß Applaus für Barbara Lambrecht. Und ich starte mit der Shortlist für den Start-up-Preis. Hier haben wir uns entschieden für tzeit.de, 360 Rocks und Just Come It. Und dann hatten wir natürlich die Qualität. Wir haben uns entschieden für Just Come It. Die Shortlist für den Hauptkreis. Wir haben uns für den Braunschweiger der Landesssparkasse geschickt. Die Movie Macher GmbH. Und das Netzhof Anfang Röde für Just Come It. Zum Gewinner sage ich nur einige Kleinen. Haben Sie sich verführen lassen? Applaus Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.